Hallöchen, ihr Hasenkettischen, unseren neuen St. Pauli Doggy Bag im praktischen Kotztütenstyle. Draufgedruckt sind auf Deutsch und Englisch die wichtigsten Überlebenstipps für den Rotlichtdschungel. Zum Beispiel Regel 9, keine leichten Mädels und schweren Jungs knipsen. Schwere Jungs, das sagt der Richtige. Oder Regel Nummer 6, nicht durch die Herberstraße gehen, wenn man unter 18 ist oder gar eine Frau ist. Das sagt ja gerade die Richtige. Und Nummer 10, natürlich nicht mehr zu trinken als Verstand und Magen vertragen. Solltet ihr doch zu viel getrunken haben, dann nutzt diese praktischen Kotztüten. Aber natürlich erst nachdem ihr sie ausgeräumt habt. Drin ist nämlich unter anderem auch noch ein St. Pauli Stadtplan. Und ein Kondom, ihr wisst ja, niemals ohne. Knaller, oder? Und dann? Knaller! Knall! 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 Knall!